Bereit für den Sommer? Dann auf geht's! Denn die brandneuen limitierten Sommer-Designs von Saftig Ananas, T-Melone Schokolade, Totem als Sunset All-Overprint und das brandneue XXL-Aquarium-Design, sondern mit der limitierten Sommer-Karte, ist ab vor dem Shop verhältlich. Limitiert nur jetzt auf shop.kaos45.com Hi Leute, es ist wieder mal KAUS45 und willkommen heute zu Minecraft! Aber last oder so, .exe verfolgt uns. Ryan, mich dreht es. Lars oder so? Ja, kennst du den noch? Ja, hä, hallo? Ich wollte erst deine Rüst wieder vorstellen, Lars, doch nicht springen! Ist egal! Warte noch mal von vorne und los geht's! Leute, Lars ist wieder mit dabei! Willkommen hier, Lars zu den ersten Folgen! Mein Show verfolgt! Hi, hi, hi! Ich werde jetzt heute verfolgt, oder? Lars hat dein Folges-Passwort vergessen, deswegen heißt er als Lars, oder? Ich hab mein Passwort nicht vergessen, der Name wurde geklaut! Geklaut! Lass uns den Passwort liegen lassen am Bahnhof! Ja, Leute, willkommen zu heute mit Ryan, Easy und Lars und Lars.exe, der uns heute verfolgt! Da ist er! Punkt Exe! Oh mein Gott! Ich bin der Gute Aussehende! Welt night! Hallo, ich bin der Gute Aussehende! Oh! Ja! Was? Weg damit! Oh stimmt, das war falsch! Ja, ja, ja! Okay, hol ich schon mal aus! Oh! Was denn? Lars, guck mal, ich hab dir gelb und rot gegeben! Weil ich dachte, guck mal, diese Ananas passt gut zu dir! Warum? Ich hab einen Ananaskopf oder was? Willst du gern Ananas? Ich? Ja, ja, klar! Du bist eine Ananas! Wow! Einer kann heute sauwitzig werden, okay? Leute, like lassen für mehr Mindshow verfolgt! Ihr kommt jeden zweiten Mittwoch um 12 Uhr raus hier! Und gönn dich die saftige Sommeredition! Ich glaube, es ist noch zwei Wochen limitiert im Shop! Shop.causwitzig.com mit den vier Designs hier! Lars, was guckst du so? Was riechst du so? Okay, Lars, für dich was neu! Sobald wir diesen Crazy verlassen, beginnt das Ganze! Es ist ein bisschen horrormäßig angelehnt! Wir müssen Minecraft durchspielen! Wenn wir den Klachen besiegen und ins Portal springen, gewinnen wir! Oh, hi, Izzy, was geht's? Hi! Hä, was? Izzy, hallo? Oh mein Gott, ich mach mich fertig! Okay, let's go! Let's go, let's go! Leute, abonniert mich, damit ihr keine Folgen verpasst! Es kommt demnächst mehr Folgen mit Lars! Ich bin gespannt! Aber abonniert mich doch auch, Mann! Ja, abonniert Lars, abonniert Ryan, abonniert Izzy! Abonniert meinen Link! Nein, mich nicht! Abonniert euch selbst! Abonniert mich nicht! Höh! Ne, bitte mich nicht! Ich hab schon zu viel abonniert! Alles klar! Leute, Lars demnächst auch bei anderen Formaten vorbei! Ich bin sehr gespannt, was Lars zum Monster Willers sagen wird! Schreibt doch gerne in die Kommentare, was ihr gerne mit Lars demnächst sehen wollt! Okay, ich hab jetzt hier einiges an Stuff! Ich hab hier die ersten Tools! Lars, weißt du wie man craftet? Echt, das ist so cool hier? Nee, also ich frag mal den Typen hier! Ach so! Ha! Okay, ich weiß nicht! Aha! Was hat er gesagt? Der hat gesagt... Lassen Sie mich in Ruhe! Der hat gesagt... Yo, Servus! Oh mein Gott! Okay, ich mach mal den Bucket! Ich hab... Ich hab eigentlich eh schon alles! Ja, ja! Das war's das Wichtigste in dem Minecraft Speedrun! Frag an dich! Das Wichtigste! Das Allerwichtigste! Ähm... Ein Holzschwert! Ein Holzschwert! Wait, stopp! Ryan, komm mal mit hier! Oder easy! Wo seid ihr? Ey, ey, wo bist du? Ne, warte mal, du bist gar nicht Flo! Hier hinter euch! Hier, Ryan! Ich bin Flo! Leute, ey, das ist echt verwirrend! Guck mal, hier ist so ein Haus! Oh cool, lass mal reingehen! Oh cool, lass mal reingehen! Das ist schon ein bisschen Skill! Oh, guck mal! Hallo oder so! Was geht bei euch so? Äh, hallo! Das ist der echte Lars, oder? Warte mal, wo ist? Warte mal, Lars! Warte mal, warte mal! Warte mal, wir haben's! Hallo Lars! Wie geht's dir? Lange nicht gehört von dir! Oh, Izzy! Lange nicht gesehen! Hä? Was ist der von mir? Oh, der ist ganz komisch! Äh, das ist irgendwie voll großartig! Wo bin ich denn hier gelandet? Äh, in meinem Show verfolgt! Bei mir! www.youtubekig von mir! Und, und, wer bist du? Äh, lass die warte abhauen! Ryan! Der ist irgendwie ein bisschen scary! Ryan, bohr sein Bett ab! Schokolade? Bohr sein Bett ab! Aber ich hab dein Bett! Hör auf! Der will mich essen! Vielleicht schmeckt die ja lecker! Es ist wirklich so komisch! Lars! Warte! Ich bin's, dein verschollener Zwilling! Hä? Lars, hast du mal mit dir selber gespielt? Lars! Ich bin du! Das ist so komisch! Was ist denn der von mir? Er hat gesagt, ich bin du! Wirklich, ich hab'n Holzschwert! Das ist dein Zwilling! The Lars Oat So has a kleine Poe! Oh mein Gott! Das ist so eine Flo, man! Warum machst du's mir so angst? Lars, er weiß alles über dich! Warum macht das so creepy? Ist das normal? Oh mein Gott! Wo seid ihr hin? Lass mich doch nicht alleine mit dem! Äh, ist das zu essen? Brot? Ich hab Brote! Na klar! Komm und hol sie dir! Alter, seid ihr Chaos Florian 444? Ah ja, so heiße ich! Hallo! Hä, wo bist du? Hier bin ich! Hier ist der zweite Schmiede! Hier sind die Brote! Oh mein Gott! Hier noch mehr! Chaos Flo 444! Chaos Show! Chaos Show! Chaos Show! Stimmt! Hä, ich weiß nicht wer redet! Lass, willst du nen Kopf? Bitteschön! Nein, nicht meinen Kopf! Das bin ich! Oh mein Gott! Guck mal! Ich bin aufgesetzt! Ja! Lars, hast du eigentlich schon mal Minecraft-Dick gespielt? Ja klar! Ja klar! Haha! Ja das war... Haha! 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 Die Banane, die ist krumm! Oh mein Gott! Ich erinnere mich! Äh... Flo, du bist... Krumm! Hä? Was war das denn? Haha! Oh mein Gott! Lars, Lars, Lars! Weißt du was ich dir schon lange sagen wollte? Ich bin... Ich bin der echte Lars! Hier, 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 hier! Was denn? Lars, weißt du noch einmal in meinem Diss-Strike wo ich gesagt habe? Willst du niemals auf die Mille schaffen! Gar nicht! Ja ist ja gut! Ist ja gut! Ist ja gut! Und jetzt haust du sie einfach! Ich bin so stolz auf dich Lars! Dankeschön! Dankeschön! Vielen Dank! Aber auf den bin ich nicht stolz! Junge! Der ist saukomisch! Wer sind sie? Junge! Junge! Das wirft mich voll weg! Hä? Der macht ja... Das ist einfach... aus... aus der Vergangenheit einfach! Late Night! Lord! It's Lars! Hey! Der ist wirklich Late Night! Lass ihn weg! Komm mal mit zu mir! Oh mein Gott! Lass mal hier einen Lava Pool suchen! Ja, ja! Hat jemand von euch Flint? Ja! Äh... Dann dropp sie mal gleich! It's Lars! It's Lars! It's Lars! Er will mitkommen! It's Lars! It's Lars! It's Lars! Warte mal! Der ist hinter mir! Oh Gott! Ich seh Lava! Ich seh Lava! Oh mein Gott! Leute! Ich hab keine Ahnung! Dann machst du doch gleich an! Ich hab das Feuerzeug! Ich müsste gehen! Warte Lars! Lava! Lauf! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hier ist das Feuerzeug! Ah! Mach's gleich an! Hast du schon mal so ein cooles Portal gesehen? Äh... Warte! Wer ist denn der richtige Lars? Nein! Das ist der falsche hier! Hör mal! Wie ist der falsche hier? Das war... Das war der falsche Lars, oder? Ich bin der echte! 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 Das ist der falsche! Hör! Was? Ryan! Ryan, du hast den echten Lars gekillt! Ryan hat Lars! Das ist der falsche! Nein! Er nimmt der falsche! Und war das der echte Leute! Ups! Nein! Boah, ihr sind wirklich strawberry-double-dies! Warte nicht auf Lars! Geht schon mal vor! Geht schon mal vor! Ich warte hier auf Lars! 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 Du gehst rein! Ich hole Lars! Rein! Okay, ich komm! Oh mein Gott! Was war das für ein Schrei? Wo lang? Oh mein Gott! Ins Portal! Hier rein! Fein ist! Bisschen! Oh meine Achtung! Ich warte zu, damit die nicht in Lava rennen! Oh mein Gott! Ryan, hier! Spielzeugen, wenn du brauchst! Oh mein Gott! Oh Gott! Hier ist Lava! Hallo! Oh, das ist ja alles! Wie schaffst du es da immer noch einzurennen? Ich habe echt einen Zug gebaut! Hä? Oh! Ich habe trotzdem eine Überraschung für den Flur! Hier ist wieder der falsche Lars! Nein! Hör auf! Guck mal hier! Guck mal hier! Ach dann der ist Fake! Es ist... Der Fake Lars! Hör auf! Hör auf! Ich mach doch mal runter! What? Das ist der echte Lars! Es ist Billy oder so! Nein! 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 Billy! Leute! Wir haben noch wenige Billy-Billy-Billy-Billy-Billy-Billy-Billy-Billy-Billy-Billy-Billy-Billy-Billy. Was? Jürgen, wieso macht er Affengeräusche? Was macht er denn dafür Affengeräusche? Ich habe euch veräfft! Ich bin gar nicht Lars! Hey! Warte! 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 Er ist gar nicht Lars! Oh mein Gott! Hört mich schon da aus! Der ist drunter! Der ist blutig! Oh mein Gott! Was? Oh oh! Hier und da! Oh mein Gott! Ihr spielt den Gewicht ins 5! Ich habe euch veräfft! Ich bin gar nicht Lars! Sondern! Lars oder so! Punkt Exe! Ähm! Jungs, Mädels! Also ich würde euch jetzt nicht alarmieren oder so! Aber das ist schon Alarm gerecht eigentlich! Ja, wir haben es verstanden! Okay, ich bin bis hier! Alles klar! Ja, ja, ja! Müssen wir lang? Wo seid ihr? Du bist mir lang, du! Hilfe! Warte! 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 Auffass! Auffass! Ich wusste es nur zuvor! Der ist tatsächlich der echte gewesen! Doch! Warte! Warte! Die kommen mit runter! Ich habe es aufgebaut! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Junge! Die plätschern hier alle rein! Rein da! Okay, alle die nicht drin sind, können wir killen! Warte! Komm, schüpp sie rein! Oh! Oh! Dann rein damit! Auffass! Okay, passt! Pass auf, dass keine anderen kommen! Wir sind links unten in der Baischen! Wenn ihr wisst, wo das ist! Ich bin hier! Ich bin der echte! Okay, warte! Hier, wir geben denen das Gold, das nehmen die durch die Wand! Das glaubst du aber nicht! Ich glaube auch nicht! Das ist der Falsche! Das muss der Falsche sein! Lars, bist du der echte? Lars, hinterfrag dann wahrscheinlich seine... Seine Echtheit! Yoga! Okay, alles klar! Lass! In dem Spiel, Joan! Ne doch, das nehmen die! Das nehmen die! Die haben die eben nicht genommen! Die traden doch grad! Lars, alle erst! Was braucht man, um einen Griff durchzuspielen! Was man braucht? Enderpellen! Ja, ja, ja! Oh, nein! Ich hab 10 Stück! Ich hab... Oh, stopp! Wer baut grad ab, hörte das? Jaaaa... Oh! Der baut ganz schön schnell ab! Oh mein Gott! Lars, machst du das gerade? Nein! Ich hab nur 10 Enderpellen! Habt ihr Appellen aufgesammelt? Ah, die kommen alle raus! Hilfe! Hilfe! Oh nein! Oh nein! Lars hat keine Goldlosen gehabt, deswegen! Lass schnell raus, lass schnell raus, lass schnell raus! Loool! Okay, raus aus der Festzone! Raus vom Server, Lars! Ja, wo willst du denn lang? Ich komme! Zurück zum Anfang, da war die Festzone! Okay! Hier ist eine Kiste... Oh! Right! Hier ist Goldlosen, wenn du brauchst! Goldstiefel! Ah, du hast schon! Ja, nimm die für Lars mit! Ja, ich nehm die mit, ja! Der Ball-Up ist über uns! Flooooooo! Oh! Das ist gar nicht los! Ah! Ah! Ey, ich bin wieder im Portal! Hör... Ich seh euch! Guck mal hier! Oh mein Gott! Komm runter! Ein Boot oder so! Gibt's Rache! Hey, wie was gibt's Rache? Rache! Okay, ender Perle! Perfekt! Ich bin bei euch! Ey, ihr wollt nicht wissen, wie ich mich grad gesaved hab hier! Doch, ich hab's gesehen Flo! Ich hab ne Feuerriss-Potion! Ja! Ah, hat jemand Perlen von euch aufgesammelt? Jaja, hier nimm! Ich hab... Ey, ich bin hier! Oh mein Gott, er sieht uns! Du komm! Okay, okay, okay! Ähm, Lars, kannst du das? Guck mal, du schießt eine Perle und platzierst einen Block unter dir! Ich kann euch nicht! Was? Let's go! Let's go, Lars! Macht ihr das gerade wirklich? Ja, guck Lars, du schaffst es! Er ist hinter dir! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dich fresse ich als erstes! Ich fresse ja gerne! Wo willst du hin? Ich hab Gold. Warte mal, ich hab ein bisschen falsch abgebogen. Bei der Festung gibt's ein paar Regeln. Ah, hier! Hier ist richtig. Hier lang, ne? Ja. Wo ist es, Lars? Ich komme! Warte, hier muss ein Blaze-Spawner sein. Oder? Hier, ich bin da, ich bin da. Pass auf, Lars.exe sind da oben! Nein, das bin ich! Stopp! Hier, weiter. Hör, hier ist ein Block abgebaut! Warte, hier ist jemand durchgebaut! Hä? Ja. Aber ich weiß nicht. Nein, stopp! Hört da nicht hin! Ich bin's, ich bin's wirklich. Wir sind die Stimmen, Lars. Ja, 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 ja! Oh, nice! Okay, baut den Abboten ab! Ich sehe euch! Warte, lass mich gehen, lass mich gehen! Komm, greifen die mich an! Ey, wie sieht ihr uns? Hat der X-Rill! Nein, nein, nein! Nichtschutz! Ich kann euch riechen! Ich wusste gar nicht, dass er das riechen kann! Ich kann euch echt gut riechen. Das hilft nicht! Achso. Ey, du kannst das am Rand abbauen. Mehr abbauen? Am Rand auch noch? Ja, ja, ja. Aber ich muss mal ein bisschen aus hier. Warte, da ist eine gespawnt! Hier! Au! Ey! Ich bin keine Blaze! Hör auf, hör auf! Jetzt aber! Ich glaube, nach dem sollten wir Outzahlen. Ah! Ich brenne! Ich brenne! Boom! Schieben! No! Ey, da kommt der von der anderen Seite! Lauf! Weg! Habt ihr alles? Ja, 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 ja! Was geht denn los? Hau zu! Blob, hau zu! Komm her! Komm her! Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Ey, ich hab keine, wo wir lang müssen. Aber ich brauche jetzt einfach hier mein Portal. Was? Wo baut der das? Das war das erste und das letzte Mal, dass wir uns sehen! Nein, Lars! Halt es nicht! Ich meinte das doch gar nicht so! Ich hab das Feuerzeug! Ich hab das Feuerzeug! Ich hab das Feuerzeug! Easy an das Feuerzeug, oder? Wo seid ihr? Oh mein Gott, Beeilung! Komm her! Wo ist Lars? Wo ist Lars? Ich bin hier! Mach an! Okay, er ist doch da! Lübe, schubf mich nicht dran! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, ich lebe! Wir leben! Komm mal, damit der Böse Lars nicht durchkommt! Boom! Das war ja easy! Alle, ich hab 10 Play Shorts! Warte, aber stecken wir ihn ab! Hö! Ja, komplett einfach! Team Melone Schokolade! Ja, jeder weiß, ein BVP-Spieler ist der Fein eines jeden Larses! Ja, Leute! Shop.com, kannst du dir bekommen? Ich hab zwei Wochen noch! Es gibt zur Zeit die Sommerkarte zu jeder Sommerbeschirm dazu! Lars, kennst du den da unten? Ähm, ah ja, das ist doch der Windel-Joe, oder? Äh? 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 Okay, alles klar! Ähm! Ich glaub, der findet das so witzig als du! Okay, alles klar! Wow, hier ist ein Geschenk für dich, Flo! Hä? Da! Okay, Junge! In die Richtung müssen wir! In die Richtung müssen wir! Wir sind direkt weg! Ich würd schnell! Ich würd schnell sein! Ah! Ah! Ich glaub, das ist eigentlich dann das schnellste Mal, dass du Minecraft wirklich spielst, überhaupt, oder? Ja! Ist das, glaub ich, bei so, wie viel? 17 Minuten? 16 Minuten? Sowas? Oh! Es geht zurück! Es geht zurück! Es geht zurück! Zurück? Ah, hier lang! Ah! Ne, aber ich glaub, ich weiß, wie es ist! Ähm! Ähm! Ah! Ja! Oh nein! Was? Ich würd gewöhnt werden! Ich würd gewöhnt werden! Oh! Ich weiß, wo ich bin! Geh zurück! Geh zurück! Geh zurück! Geh zurück! Flashtime! War das nicht dein altes Format Glas, wo du random Sachen gemacht hast? Ja, aber warum schreit der das? Juh! Ehhh! Juh! Juh! Was redet der? Wir müssen hier runter! Habt ihr das Endauger aufgesammelt? Jaja! Okay, ich folge einfach mal! Ähm... Lass nicht am besten ins Loch springen Junge was macht der? Was ist denn mit dem los? Ja ich bin da, ich bin drin! Okay Kommt rein, kommt ran Wasser? Ja hier ist sogar Wasser unten Oooooow Junge was ist... Okay ich habe Wasser ins Loch geplast, komm runter Bin da, hallo Boom, ok Leute jetzt geht der richtige Teil los Okay Alles klar. Ich habe zwei ganze Ender-Parent. Braucht jemand Brot von euch? Nein, ich habe noch Brot. Ich mache mir ein paar mehr Betten. Lars, weißt du nämlich, wie ich den Ender-Darren-Killer in Michael verfolgt? Weil wenn du keine Speed-Jones kennst, Lars, wird dir das richtig verblüffen. Du musst keine Tower niederschießen. Ah, ja, ja, den Trick habe ich schon mal gesehen, glaube ich. Glaube ich. Ja, doch. Ich glaube, ich glaube. Warte, ich bleibe einfach bei dir. Ja, bleibe auch bei mir. Lars, wichtig, nur nicht im Enden-Bett platzieren. Das macht ihr sie aus Prinzip, glaube ich. Das ist doch Ryans Aufgabe. Der schlaut doch immer Betten. Der Lars findet das natürlich richtig. Ja, 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 ja. Immer wird das auf mich geschoben hier. Okay, okay, okay. Der Raum ist maximal fünf Blöcke weiter weg vom Ursprung. Wie viele Blöcke? Hier brennt irgendwie eine Bibliothek ab. Hört ihr das? Oh, nee, das ist Feuer. Hey, warum machst du hier Feuer überall hin? Ja, damit es hier hell ist. Hallo? Was? Mach mal die Tür auf. Ladies first. Hallo? Wer ist das? Was ist das denn? Ja, ja, ja. Habt ihr es gesehen? Oh, Ryans, hör auf zu brennen. Las, 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 schau, schau. Das ist... Habt ihr es nicht gesehen gerade? Warte, zum Glück habe ich einen alten Freund dabei. Ah, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was? Wait. Nein, 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 ist Paul. Was? Wer ist Paul? Oh mein Gott, das war... Oh nein, was? Wichtig rum, bisschen rum, bisschen rum. Oh mein Gott, der ist gestorben. Oh mein Gott, warte, eins noch, eins noch, eins noch. Haben wir genug? Haben wir genug? Warte, Lars hat es noch. Ja, so, der so Punkt X. Boom! Nein. Nein. Also das Endschaut normal nicht so aus. Oh oh. Doch, sieht doch alles normal aus. Es ist Lars, dein Vater. Was? Wir kommen zu eurem Ende. Los, easy. Go, go, go. Ender, Perle. Jetzt werdet ihr auch zu einem Skelett. Ich bin aber... Lars schießt eine Perle. Ich würde den nicht trauen. Lars oder so Punkt X. Geh doch jetzt. Hört ihr fliegt. Oh mein... Wie? Oh mein Gott, lasst ihr fliegen. Schau mal wieder aus, Schutt. Er hat leuchtende Augen und ist so dunkel. Wieso kann der das? Wieso kann ich das nicht? Wieso kannst du nicht fliegen? Gelass, die Evolution hat doch nicht ganz funktioniert. Wie unfair. Müssen wir rauf auf den Kopf? Keine Ahnung. Ist Lars dein Kopf voll? Hä? Versteht ihr? Oh mein Gott. Minecraft Zukunft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lars sagte mal, er soll aufhören. So von Familie zu Familie. Der hat den Knuch und fliegt. Hör bitte auf. Der Drache ist unten, der Drache ist unten. Oh mein Gott. Hast du eine Perle? Ich glaube wir müssen nach unten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh oh. Runterpellen? Hast du eine Perle? Ah, brauchst du... Oder... Ich habe keinen Bucket. Ich habe zwei. Okay. Ich komme. Ja, lass mal Lars warten. Wo ist Lars? Lars, ich bin auf deinem Kopf. Ich boah jetzt Lars den Kopf ab. Ich bin auch da. Hör. Das hier. Geradeaus runterfallen. Was zum Teufel. Oh, pass auf, pass auf. Nein. Nein. Es ging so nicht aus. Ich habe überlebt. Ich auch. Ich habe überlebt. Ich habe überlebt. Ich lebe noch. Oh mein Gott. Lars hat ja auch. Wir machen das, wir machen das, wir machen das. Lars, komm her. Ja. Steck. Warte, mach, mach, mach. Steck ich. Okay. Okay. Kommt ihr jetzt mal runter, bitte? Ja, ich auch. Ich bin die ganze Reihe mit dem Drachen. Oh mein Gott. Oh. Jürgen, der Kling ist doch mal durch, Fallout. Ich klinge nicht, als wäre der krank oder so. Wie ist der Dragon? Okay, alles klar. Bleibt hier stehen. Und sobald der Dragon kommt. Lars baut uns zählen. Lars. Okay, ich bin da. Dragon. Please. Warte, was ist mit Ryan? Oh mein Gott. Ich bin auch da. Ich bin über euch. Ah, Lars! Irgendjemand ist gerade rüber geflogen. Hoch geflogen. Echt jetzt? Ist du Ryan gewesen? Nee, ich bin über euch direkt. Mann, Ryan ist mal Ryiner. Wir eins haben uns verloren, Lars in der Ecke steht. Ich habe Angst. Okay, kein Problem. Wo ist der Dragon? Nein, auf. Ich habe keine Ahnung wo. Wo ist Lars? Besser der Frage. Das ist der Dragon. Ich bin der echte hier. Yes! Er kommt, er kommt, er kommt. Let's go! Und? Oh, oh! Da ist er! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boop! 4 plus 1. Oh mein Gott. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Let's go! Lass, komm, lass, komm, lass, komm, lass, komm. Nein! Boah! Was? Was? Junge! Ich bin tot und ich habe das nicht geschafft. Bist du... Ich bin echt mir so tot eingefallen. Nein, das ist leichter. Das ist leichter. Für mehr.exe Folgen. Shop bei Lass vorbei. Bei Easy und bei Ryan. Shop und kaufen.com in wenige Wochen noch. Guck mal, ich bin tot und ich bin in den Dings. Ja, du warst doch gut hier. Leute! Bereit für den Sommer? Dann aufgehst! Denn die brandneuen, limitierten Sommerdesigns von Saftig Ananas, T-Melone Schokolade, Totem als Sunset All Overprint und das brandneue XXL Aquarium Design sollen wir mit der limitierten Sommerkarte ist ab sofort im Shop verhältlich. Limitiert nur jetzt auf shop.kaos40.com.